Ich verbringe kaum Zeit am Computer, ich bevorzuge lesen oder mit meinem Hund Kassi gehen. Ich finde es schwierig ohne Internet zu leben. Ich würde lieber für Sportbahnen. Wir würden spazieren gehen und Zeit mit Freunden verbringen. Leichte Frage. Ich verliere überhaupt keine Zeit mit Internet. Ich nähe gern und wandere in den Bergen. Eine schwierige Frage, aber es wäre kein Problem für mich. Ich bin Planfinder und verbringe sowieso fast meine ganze Zeit mit den anderen Pfadfindern in Freien, weit weg von Computer und Internet. Wir würden mit Freunden ausgehen und schlafen, bis es Internet gäbe. Wir würden, wann man schlafen, bis es, continuing eher in den Steiger-itzahlen zu bekommen. Ich würde sie, wenn in der Zeit